Hart und weich. Das ist hart. Das ist weich. Tammende Mingzi Shi. Die Härte. Die Weichheit. Jibende Juzi. Das ist hart. Das ist weich. Das ist nicht hart. Das ist nicht weich. Ist das zu hart? Ist das zu weich? Das Papier ist nicht hart genug. Das sind sehr harte Kekse. Warum ist der Boden so weich? Der weiche Pappkartang wird das Gewicht nicht lange aushalten. Wir brauchen eine härtere Matratze. Am härtesten. Am weichsten. Diese Kissen sind am härtesten. Diese Kissen sind am weichsten. Am weichsten. Am weichsten. Am weichsten. Am weichsten.